Viele Blasmusiker trauen sich nicht, eigene Blasmusik zu schreiben. Darüber müssen wir reden. Hey, Daniel von Melikus hier und heute möchte ich mit euch mal über ein ernstes Thema sprechen. Dieses Thema hat mich als junger Blasmusikkomponist auch sehr viel beschäftigt. Ich spreche viel mit Blasmusikerinnen und Blasmusikern über das Thema Komponieren von eigenen Stücken und höre leider viel zu oft sinngemäß die Aussage, dass sie es sich einfach nicht zutrauen. Aber warum zögern viele, sich selbst zu verwirklichen? Da möchte ich heute mal etwas tiefer eintauchen. Ach, und wenn dir dieses Video hier gefällt, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen hoch und abonniere auch gerne diesen Kanal. Das bedeutet mir zum einen sehr viel und damit unterstützt er mich bei meiner Mission, um Blasmusikerinnen und Blasmusikern zu zeigen, wie sie ihre eigenen Blasmusikstücke komponieren und arrangieren können. Einer der häufigsten Gründe, die ich oft höre, ist, dass viele glauben, sie bräuchten Expertenwissen in Musiktheorie. Ich habe das in einigen vorangegangenen Videos schon mal besprochen und kann diesen Gedanken auch ein Stück weit verstehen. Denn es liegt ja nahe, dass man sich mit Tonleitern, Akkorden und Harmonien auskennen sollte, wenn man komponieren und arrangieren möchte. Und viele kennen das Thema Musiktheorie oft nur aus der Schule oder von diesen jungen Musiker Leistungsabzeichen. Dort wurde in den allermeisten Fällen die Theorie nur isoliert und ohne praktischen Zusammenhang erklärt, was die allermeisten als langweilig und öde verinnerlicht haben. Dann wundert es natürlich nicht, dass das Thema Musiktheorie dann auf den ersten Blick komplex und eher einschüchternd wirkt. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung ist es ein absoluter Irrglaube zu denken, man müsste ein Musiktheoriegenie sein, um eigene Blasmusik schreiben zu können. Ja, es kann hilfreich sein, die Grundlagen zu kennen. Und denkt daran, dass viele der großartigsten Musiker und Komponisten ihrer Zeit Autodidakten waren. Die haben nie ein Musiktheoriebuch besessen. Ich selbst habe mittlerweile einige Komponisten im Unterricht, die rein über das Gehör und einer besonders gut ausgeprägten Vorstellung ihre Kompositionen schreiben. Erst durch den Unterricht sehen sie, was sie da eigentlich intuitiv gemacht haben. Also lasst euch von der Musiktheorie bitte nicht abschrecken. Nun kommen wir zu einem weiteren großen Punkt, der viele von uns davon abhält, eigene Stücke zu schreiben. Die Angst, etwas falsch zu machen. Fehler zu machen ist menschlich und im kreativen Prozess unvermeidlich. Sie sind sogar gut, denn sie helfen uns zu wachsen und besser zu werden. Denk mal daran, wie du als Baby oder als kleines Kind gelernt hast. Leider wird uns die Lust am Experimentieren und am Fehlermachen durch unsere Gesellschaft genommen. In der Schule haben Fehler genauso wenig Platz wie später im Job. Dieser erzwungene Perfektionismus hemmt uns derart, dass wir meistens schon aufgeben, bevor wir so richtig angefangen haben. Also, warum soll es als Anfänger tragisch sein, wenn die Melodie-Phrase nur 5 anstatt 8 Takte hat? Warum denkst du, ist es schlimm, wenn sich in den Posaunen oder in der Tuba doch mal ein falscher Ton eingeschlichen hat, weil du dich im Akkord vertan hast? Sicherlich ist es ratsam, dieselben Fehler nicht zweimal zu machen, aber dennoch sind sie für den Lernprozess unabdingbar. Kein Meister ist vom Himmel gefallen, heißt es ja auch so schön im Sprichwort. Also keine Angst vor Fehlern, denn sie sind nicht unsere Feinde, sondern unsere Freunde. Der dritte Punkt knüpft etwas an das Thema Fehlermachen an, denn es gibt einige Musikerinnen und Musiker, die Angst haben, dass sie für ihre Kompositionen belächelt werden. Ich weiß nicht warum, aber ich sage es in meinen Worten, das ist irgendwie bescheuert. Erstens kann man eh nicht beeinflussen, was andere über dich denken. Zweitens solltest du dich in deiner Selbstverwirklichung einschränken, weil andere dir das nicht zutrauen. Drittens kenne ich von meinen Teilnehmern keinen, der in der Probe von seinen Musikerkollegen ausgelacht wurde, weil er ein selbstkomponiertes Stück mitgebracht hat. Die Wirklichkeit sieht nämlich so aus, dass die Musikerinnen und Musiker total angetan sein werden. Sicherlich kommt vielleicht auch etwas kritisches Feedback zur einen oder anderen Stelle, aber das ist doch perfekt, denn so bekommst du Input, was du noch besser machen kannst. Dieses Feedback ist wahnsinnig wertvoll, weil zum Beispiel, wenn du Schlagzeuger bist und am Anfang deiner Komponistenkarriere stehst, deutlich schlechter einschätzen kannst, was für Klarinetten und Flöten gut spielbar ist. Im Laufe der Zeit entwickelst du dann ein Gespür, was eben gut machbar ist und was nicht. Dies hat weiter den Vorteil, dass du auf deinen Musikverein bzw. deine Besetzung maßgeschneiderte Kompositionen und Arrangements anfertigen kannst. Wo gibt's das schon? Also deshalb hör bitte auf zu denken, dass man dich verspottet, wenn du selbst Blasmusik schreibst. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Frustration. Und hier habe ich persönlich schon extrem viel Nerven liegen lassen. Es gibt schon viele Blasmusikerinnen und Blasmusiker, die schon einmal versucht haben, ein Stück zu schreiben. Und viele haben aber schon nach ein paar Minuten frustriert aufgegeben. Was mich damals, als ich vor über 15 Jahren angefangen habe, selbst Blasmusik zu schreiben, am meisten frustriert hat, war dieses extrem langsame Vorankommen beim Schreiben. Ich wusste natürlich so als 15-, 16-Jähriger nicht, was ich da mache und musste ewig rumprobieren. Nach einer Stunde hin und her hat einfach nichts so richtig zusammengepasst. Und das Ende vom Lied war, dass ich die Datei im Notenschreibprogramm gar nicht abgespeichert habe, sondern sie gleich gelöscht habe. Dann kommen gegebenenfalls noch ein bisschen Selbstzweifel, dass man das nie wird gut können. Und dann landen die guten musikalischen Ideen in der Tonne. Ja, es braucht Zeit, Geduld und oft auch viel Energie. Aber es ist dann auch enorm befriedigend, sein eigenes Stück irgendwann mal zu hören und zu sehen, wie es die Menschen bewegt. Also seid geduldig mit euch selbst. Und wenn du den gesamten Prozess des Komponierens und Arrangierens deiner eigenen Blasmusikstücke enorm beschleunigen willst und ohne Frust an die Sache herangehen möchtest, dann komm auf www.melikus-akademie.de Trag dich für eine kostenlose Probestunde ein. Ich zeige dir, wie du Fehler vermeidest und mit wenig Aufwand und einem durchdachten System schnell deine Ideen auf Papier bringst und sie nicht mehr in der Versenkung landen. Ich freue mich, dich kennenzulernen.